Dann schauen wir mal drüben, in dem Wäldchen sollen sie angeblich sein. Ziehen wir schon mal die Waffe. Ah, und ich wollte speichern. Ist auch tatsächlich mein letzter. Ja, gut versteckt ist das Lager hier, aber nicht so direkt am Wald rein. Ich habe entdeckt den U-Schützer Wald. Ich habe bei dem Spiel immer wieder mal das Gefühl, ich gehe in den Hocker, dabei tue ich es gar nicht. Irgendwie ist die Perspektive manchmal, wenn ich hier so im Wald unterwegs bin. Da vorne ist es. Ich überlege mal, ob ich, wisst ihr was, da ich es ja quasi nie mache. Ich rüsste mal meinen Langbogen aus und wir nehmen mal einen Pfeil verwundet. Besser. Trif ich wahrscheinlich eh nicht, oder? Was habe ich denn, was habe ich denn hier noch? Im Pferd für... Da habe ich auch keine Pfeile mehr. Ich sehe gerade, ich bin immer noch angetrunken, oder? Ich probiere es mal. Besser muss ich ein bisschen üben. Mach mal Langstrecke besser. Pfeil verwundet. Na, mehr als zwei Pfeile kriege ich hier eh nicht raus. Bevor sie mich überrumpeln. Der Knut. Ist der Kowalski der Herr Knut? Da steht einer. Der ging weit drüber. Jetzt habe ich keine Wasser mehr. Okay, ruhig. Das ist der Kowalski der Kowalski. Jetzt machen wir gleich losz, wenn sie dich auendet sind. Alles hatte ich nicht. Oh, ich sehe mich? itorgern Sie die comentários. Ich bin� Control schrunde. angularula, was mir ist bereit zu? rallent. Oh. Ich kann sie ihn erstmal angreifen, dass er seine Ausdauer unterbekommt. Ui, der war gut. Ui, der war gut. Mit keresel itt? Véletlenül kifújtál anyát szoknyája alól? Vigyázz, látom a fellemtéget! Ez nem a mi elemás. Na, komm her. Oh! Erstmal den hier wegbringen. Ist der Anführer hier, oder? Na komm. So. Sehr schön. Ein guter Zeitvertreib. Metall. Mit Doppel-T. Man merkt, ich werde müde, weil es nicht mehr ganz so gut läuft. Gnadenstoß. Gnadenstoß ist gut, gern. So. Das packt mal alles in die Kiste. Wieder die Aachener Brigantine hier. Schild des Commandments. Schild des Commandments. Ja, da haben wir genügend Geld. Lagen wir die Sachen gleich mal rüber zum Handbook, gell? Äh, Satteltasche. Sind aber echt gut ausgerüstet hier die Commanden. Nehmen wir beide rüber. Auch in der Brigantine. Schlechter als die Mailänder. Weg damit. Es kracht. Und zwar sauber. Muss hier ein besonderes Lager finden. Die Tunika braucht man nicht. Jetzt habe ich schon gar nicht mehr geschaut, wie viel was wert ist. So, was haben wir jetzt hier? Säbel noch mitnehmen, wenn ich ihn finde. Aufheben. Und den Schild. Kowalski. Ja, kein Wunder, der hat das Ende drauf bekommen. Er kommt wieder zurück. So. Und das Lager müsste jetzt hier noch irgendwo sein, oder? Schauen wir mal. Ich habe es ja vorhin schon gesehen. Vielleicht gibt es doch noch irgendwas wertvolles für uns. Ja, hier ist wahrscheinlich zu Fuß. Gehen besser. Da drüben ist es. Gehen wir zu Fuß. Noch jemand da? Dackelhütte. Nein. Da ist eine Kiste. Offensichtlich habe ich die schon mal ausgeräubert. Ne, hier war ich noch nie. Deswegen hätte ich es nicht ausrollen können. Das war Teil 77. Ich weiß noch was. Das müsste es gewesen sein. Jetzt bin ich wieder überfressen. Naja. So. Wo ist jetzt der Apfelschimmel? Da vorne steht er. Heißt jetzt aber eigentlich, wir könnten, wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder nochmal schlafen. Im Morgengrauen hieß es, oder? Ja, Kowalski. Wo ist er denn? Ja, hallo. Grüß dich. Bist du wieder zurückgekommen? Fein. Ganz fein. Ja. So ist es echt. Er hilft auch wirklich ungemein bei den Kämpfen. Das ist wirklich eine schöne Erweiterung hier von dem Spiel. Okay. Ah ja, bevor ich es vergesse. Bevor ich es vergesse, meine Sachen wieder reparieren. Rüstungsschmied. Die Sachen entstand halten. Da ist nichts mehr drin, das kann man also fallen lassen. Oh. Okay. Da fehlen mir tatsächlich jetzt die. Das geht nicht. Da fehlt mir jetzt tatsächlich das Zeug zum Reparieren. Schneider klein. Muss ich wieder nachfassen? Okay. Dann Questlock. Hasenjagd. Trifft dich mit Hanekeen Hase. Bei Morgengrauen, oder? Wie gesagt. Bei Morgengrauen. Ja. Wir überprüfen jetzt mal. Ich bin mit dem Jägermeister Nikolaus. Irgendwas ist da faul mit dem Typen. Ich habe im Verdacht, dass der damals vor 15 Jahren die Wache umgebracht hat, um es dem Hanekeen Hase in die Schuhe zu schieben. Deswegen sprechen wir jetzt erstmal mit dem. Dann könnten wir eigentlich in U-Schütze. Habe ich in U-Schütze? Ich war schon so lange in U-Schütze, dass ich noch nicht mehr weiß, ob ich da ein Bett habe. Glaub nicht, oder? Schauen wir mal ran. Ne, aber ich habe natürlich trotzdem was. Und zwar hier die Unterkunft. Gut. Ich denke, da werden wir uns jetzt zurückziehen und werden dann schlafen bis um 3 Uhr nachts oder so. Und dann brechen wir hier auf und treffen uns hier mit Hanekeen Hase. Ja. Die erste rechts und rein nach U-Schütze. Schön weitläufig hier. Ist hier... Moment mal. Hier habe ich nicht eine Schatzkarte mit einem Schatz, der hier in der Ecke ist? Ich glaube, ich habe sogar mehrere Schatzkarten. Moment mal. Antike Karte. Äh... Lesen. Neuhof, Fratei. Das ist ganz woanders. Antike Karte. Mühle. U-Schütze. Ein See oberhalb von U-Schütze. Wie spät haben wir es denn jetzt? 13 Uhr. Ein See oberhalb von U-Schütze. Schauen wir gleich mal nach. Was haben wir hier noch? Das sieht aus wie Talmberg oder Rattei. Das ist Talmbergs immer falsche Ecke. Ledetschko falsche Ecke. Schade ist bei den Schatzkarten. Ich fände es interessanter, wenn man sehen könnte, dass man sie schon gefunden hat. Oder schon ausgelöst hat. Ne. Aber wir haben noch eine Schatzkarte hier oben. Wo war es? Das ist Antike 1. Neuhof. U-Schütze. See. Abzweigung oberhalb des Sees. Und rechts neben dem Seen Mauer. Schauen wir mal nach. Nördlich von U-Schütze muss ein See sein. Dann reibt man doch da mal hin. Das ist die Art der Zerstreuung, die wir brauchen können. Ja. Ui. Ja. Ja. Ach, hat sich doch alles hier ganz gut gefunden mit den Quests in der ganzen Gegend hier. Schön, dass Privi Slavis jetzt auch erstmal selbstversorgend ist, selbsttragend ist. Irgendwo hier oben. Die Straße da. Okay, die nächste. Die zweite rechts weg. Ist das hier eine Straße? Ja. Ja. Ich glaube, in dem Teil war ich noch nie. Ach schön, ich freue mich gerade so drüber, dass es einfach immer noch so viel zu tun gibt, dass ich die Welt hier nicht verlassen muss. Allerdings hätte ich vielleicht mal speichern sollen. Habe ich eigentlich noch ein Speicherding? Nee. Tatsächlich habe ich keinen mehr. Muss ich mir dringend besorgen? Im Pferd habe ich auch keinen mehr, oder? Getränk. Nee. Muss ich mal wieder einen besorgen? Ja. Oder selber machen? Bei meinem Glück passiert hier noch irgendwas. Ist jetzt hier ein See. Da ist der See. Ah ja, da sind auch die Mauern. Schauen wir nochmal auf die Karte. Ah, das war Antik 3, gell? Ja. Am Ende ist ein Baum. Und darunter ist jemand begraben. Ja. Da ist sich um eine antiken Moment, da es sich um eine antike Karte handelt, sehe ich mich hier eher als Archäologen, als als Grabräuber. Da ist die Mauer. Das ist die hier. Das ist die zweite. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich habe auch schon die eine oder andere Sache hier in dem Baum, oder? Wir schauen nochmal nach. 2, 3. Am Ende ein Baum. Ich bin noch nicht am Ende. Hä? Ach. Das ist ja cool. Auf der alten Karte war die noch intakt. Ach, hier geht es weiter. Da hinten ist der Baum. Da ist ja witzig. Ah, hier ist es wieder intakt. Dann ist es der Baum da hinten. Hm? Der muss es sein. Ich bin erschrocken. Das ist der Hund. Hier ist es. Also wie gesagt, ich sehe mich jetzt als Archäologen. Antike Karte. Ich bin kein Grabräuber. Oh. Ach. Sieht einer tragische Geschichte aus hier. Wenig vereint. Warhorse-Knie-Rüstung. Fußstiefel. Edel, hell. Halskette. Kettenhaube. Warhorse. Beckenhaube schwer. Ui. Damit werde ich meine deutsche Beckenhaube jetzt los. Ich glaube, dass die besser ist hier. Ein Nürbecker Kürass. Sehr gut. Dann kann ich den alten Kürass weghauen. B-Boys Zornestrunk. 485 Groschen. Wahnsinn. Würfel für ungerade Zahlen. Ein Spielwürfel, der für ungerade Zahlen gezinkt ist. Eins und Fünfer. Also etwas für. Aber wie gesagt, ich setze den nur ein, wenn es mal sein muss, gegen irgendjemanden, gegen einen Bösewicht oder so. Im normalen Glücksspiel nehmen wir das natürlich nicht. Und ich würde das Grab natürlich eigentlich jetzt auch gerne wieder schließen. Ich komme nicht mehr raus aus dem Grab. Das wäre auch gut gewesen. Das heißt, dann hätte ich auch gewusst, was hier passiert ist. Also es war hier ein Grab und ein Schatzräuber kam und hat sich ausgegraben und konnte nicht mehr raus. Und das hat sich dann dazugelegt. Okay. Ich bin vielleicht blöd. Wo habe ich denn jetzt das Pferd abgestellt, das andere? Oh nein. Wo ist der Apfelschimmel? Äh. Oje. Wird mir auch nicht angezeigt, oder? Quest Lock. Das Rennen. Optional. Bring Soras Pferd zurück. Ach du Scheibenkleister! wo war denn jetzt das hier ja ich habe den bestimmt hier zurückgelassen oder hoffentlich finde ich den wieder dann habe ich den ich habe den hier irgendwo zu mir gerufen ja der muss doch noch irgendwo stehen mein gott aber gut zu wissen dass man nicht mehr sehen würde ich muss ich muss den jetzt zurück es hilft nichts gott sei dank nicht weit weg danke euch ich hätte ich werde ich werde ich werde direkt zurückgelaufen zum kumanen lager so was apfelschimmel ist wieder hier jetzt wird es zeit zu schlafen einmal nach schütze jetzt haben wir hier oben noch mühle zwar richtung süden und dann haben wir uns ins bett vielleicht können wir wieder sachen auspacken oder einpacken in die kiste einmal ins witzhaus schön morgen grauen nicht vergessen damals jetzt 15 uhr was ist hier passiert ja ich gebe was zu trinken jetzt bin ich gespannt gibt es bei dir wirklich ein meer rettich hast du das gesagt ich bin da wegen euer meer rettich da ist er probier mal ein warenkorb prüfen so ich trau mich schauen wir mal was passiert danke war sehr lecker aber ich habe schon deutlich schärfere mehr rettich gegessen also früh ins bett gehen 16 uhr können vielleicht noch mal eben beim beim buchhändler vorbeischauen ja ist schon beim schreiber ob der noch interessante bücher für uns hat war das der hier oder ja grüß gott gelobt sei jesus christus gott behüte ich soo die haben wir ja alle schon durch gell können wir mal schauen ja genau die keinen stern mehr dran haben der märkte krieg wie der märkte krieg endete es werden also ein paar bücher die man lesen kann der neue rat von smilfla die adamiten die legende von melusine die reisen des ritter jon regula benedicti über mönchischen gehorsam und den klösterlichen abt urvater tschech über die simone über prag über turniere über turnieren ritterliche zweikämpfe wisst ihr was das buch interessiert mich auch wenn es zum nix bringt erstmal klar lesefähigkeit aber er hat nichts er hat keine fertigkeitenbücher die interessant wären für mich wie man guten mitbraut haben wir auch schon zum papst wissensbuch über turniere handel abschließen machen wir direkt das zahlen wir ok ansonsten viel interessantes ist jetzt nicht mehr hier zu finden jedenfalls nicht was fertigkeitenbücher angeht aber unsere fertigkeiten passen ja auch ganz gut was ich mir vorhin übrigens nochmal gedacht habe dass mit dem mit der fähigkeit die man sich quasi erlangen kann wenn man leicht angetrunken ist dass man schwere schlösser knacken kann kann ist wirklich großartig weil für den spielstil den ich habe ich knacke kaum schlösser ja ich breche nirgendwo großartig ein und dann wäre es mit den mit den schweren schlössern schon nicht so einfach gewesen und so kommt man aber auch drum rum und das haben sie gut gelöst ich gehe mal davon aus dass das ja absicht war braucht er noch was ist jetzt betrunken ist er eingeschlafen oder ich glaube er ist eingeschlafen der zappelt auch schon so das hat ihm nicht gut getan spät ist es jetzt 16 Uhr können wir wieder hier beim beim Pater vorbeischauen ob der irgendwas zu reden hat mit uns jetzt gehe ich hier mal Weihwasser nehmen so von Sünden 293 Groschen zum Sündenfreikaufen also 100 habe ich noch gezahlt 293 ist mir jetzt gerade ein bisschen viel aber irgendwann werde ich es mal machen müssen mich von meinen Sünden reinwaschen der Vogt er würde eh nicht mit uns sprechen oder doch komm mal reden wir mal mit dem Vogt das ist ja immer ein bisschen peinlich damals mit der Schlägerei ich möchte Getreide für Primislawis kaufen Getreide haben wir doch schon Gespräch beenden so Pater Goodwin ist beschäftigt gut auch nicht für ein Pläuschchen bereit ja dann denke ich mir jetzt Zeit dass man so die Falle hauen bin ich jetzt eigentlich über die Gräber gelaufen ja gar ui muss ich aufpassen das war sehr unachtsam spät ist jetzt 17 Uhr könnte man eigentlich noch eine Runde eine Runde würfeln allmächtiger ist dir etwas zugestoßen hat dir jemand deine edlen Kleider geraubt nein ich möchte würfeln jetzt habe ich vergessen mich auszuziehen aber macht nix wir gehen wieder auf 100 wir nehmen den himmlischen Spielwürfel der ist ja nicht für Betrug zählt als 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sind 500 Punkte und 6 große Straße 1500 Punkte hervorragend Punkten und ah ne Moment wenn ich alle Würfel weg habe bekomme ich ja neue Würfel Punkten und Fortfahren werden wir in einer Runde fertig werden 1 2 3 4 5 6 schon wieder ja sowas ich sollte Punkten und Fortfahren mein Gott die Würfel gehorchen hier aufs Wort in der Tat 1 2 3 ne dann nehmen wir den 1er das sind 100 Punkte Punkten und Fortfahren 1 2 3 ne denk mal nach man du wirst alles verlieren ja ja ganz bestimmt der Hund wie er hinten rum bettelt bei dem anderen 2 5er 2 5er und Schlusspunkten und passen 3200 in einem Durchgang ich hab mit Pokémon mein Geld verschwendet ja man kann es nicht erzwingen ne mal schauen ob wir jetzt fertig werden 3 1er ja wir sind fertig 1000 Punkte Punkten und passen Kurva wieso habe ich überhaupt angefangen das frage ich mich auch tja aber so ein Glück hat man nicht oft oder 17 Uhr immer noch so früh auf der anderen Seite wir wollen ja früh raus wir müssen ja wir müssen ja ich würde mal sagen so um 3 Uhr sollten wir sollten wir aufstehen die Wegstrecke hier rüber ja 3 Uhr ist 3 Uhr ist passend Sonnenaufgang hieß es ich pack den jetzt hier mal rein mir steht da draußen zu frei in der Gegend rum dann nehmen wir uns hier ein Zimmer packen alle Sachen wieder in die Kiste wir haben ja derzeit keinen Zwang dass wir Geld groß machen müssen und in der Rattei werden wir uns dann auf alle Fälle schöne Klamotten kaufen und dann mit Theresa ausgehen kann ich hier schlafen natürlich für wie lange eine Nacht nur die eine Nacht kein Problem aber du zahlst im Voraus ja war das die Dame mit der mir da damals ihr wisst schon du hast es ganz für dich keiner wird dich stören ja ich hab vergessen wo mein Bett hier ist wo soll ich schlafen das findest du leicht gleich hinter der Eingangstür ist eine Leiter zum Dachboden dort stehen dein Bett und eine Kiste für deine Sachen ja okay dann hauen wir uns da hin hier ja sieht man schon so lange war ich schon nicht mehr da dass ich nicht mehr weiß wo der Schlafplatz hier ist noch einmal die Sachen noch in die Kiste ein ich nehme jetzt alles mit ins Inventar alles was wir hier drin haben die Schlappen nicht ja den Meiländer Körass langdunkel den nehmen wir mit kann ich das eigentlich mittlerweile lesen mal schauen öffnen okay hauen wir alles rüber beziehungsweise halt bevor wir bevor wir es rüberhauen schaue ich mal was ich besser für mich ausrüsten kann Rüstung das passt Rüstung Ketten Warhorse Knie Rüstung die schlechter als als unsere Platten Rüstung aber ich hatte da noch irgendwo Kopf 2 die Meiländer Körass die Meiländer Körass ist gut Meiländer Körass hier der Nürnberger Körass ist besser als die Körass das heißt den lasse ich da den Meiländer Körass kann ich verkaufen ja den Meiländer Körass kann ich verkaufen okay verschieben die woherst Knie Rüstung die kann da auch rein schlappen bürgerlich edel hell die behalten wir mal das Bier behalten wir auch Lederhandschuhe kommen weg Panzerhandschuhe Sächsisch können auch weg die Karte welche war denn das jetzt gerade die Antik 3 war das oder die ich geschafft habe kann ich jetzt gerade nicht reinlesen Bud Spencer die Werte die vorne dran stehen sind die finalen Werte also wenn ich jetzt hier unter Schild siehst du es 9 besser als 9 wird es nicht also die die 61% hinten also bei der Bunthaube die hat jetzt einen schlechten Rüstungswert aber maximal sind es 9 also die Werte stimmen da kann man sich also drauf verlassen Kettenhaube können auch alle rüber Kettenhaube Warhorse Beckenhaube schwer 5 Kilo 20 Rüstungswert ich glaube den lasse ich erstmal noch bei mir falls es mal richtig richtiges Problem gibt mit jemandem kann ich die aufsetzen das lässt sich jetzt wirklich echt gut vergleichen hier den Nürnberger Kürras Lassmer haben wir gesagt Lamellenrüstung weg Oben die Säbel noch weg die Schilde noch weg ok dementsprechend müssten wir jetzt auch wieder recht leer sein wie schaut es denn aus beim Pferd sind wir auf knapp 90 Kilo passt aktuelles Kommando lauf frei und bei uns 123 Kilo von 202 passt auch wunderbar bin ich zufrieden wir haben unglaublich viel Zeug zu verkaufen ich bin echt ein bisschen gespannt drauf wie ich mich wie ich mich mache für Teresa schauen wir mal schlafen und speichern das war es nicht oder nochmal achso ich könnte nochmal ganz kurz schauen was ich für eine für eine für eine Fähigkeit habe hier beim was war es Agilität glaube ich Spieler Agilität 15 okay Agilität wir können hier tatsächlich noch ganz kurz bevor wir abspeichern vielleicht noch das Buch beim Pferd raus holen oder habe ich das in der Kiste ne Fertigkeit Buch Marathon kann erst nach Stufe 15 gelesen werden wir tun es mal ins Inventar oder habe ich mich jetzt hier verlesen Werte Vitalität ne da fehlt es noch Agilität war es aber wir können hierbei wir können hier noch ein paar Punkte ausrüsten was machen wir denn hier noch Marathonläufer du spurtest 20% langsamer verbrauchst du aber 20% weniger Ausdauer gefällt mir nicht schnell wie der Wind du spurtest 20% schneller verbrauchst du aber 20% mehr Ausdauer und ermüdetest dementsprechend schneller gefällt mir auch nicht Robuster Magen du kannst deinen leeren Magen selbst mit verdorbenem Essen oder vergiftetem Essen füllen ohne Schaden zu nehmen allerdings spürst du auch keine der positiven Wirkungen ne ich hab beim Essen nochmal nie Probleme Berserker sobald deine Gesundheit auf ein Minimum fällt bist du zum Berserker und deine Ausdauer regeneriert sich viermal schneller sehe ich jetzt keinen großen Nutzen drin mit letzter Kraft du überlebst einen ansonsten tödlichen Treffer und obendrein regeneriert sich deine Gesundheit um 20% kann nur einmal pro Kampf aktiviert werden das machen wir Wiedergänger deine Gesundheit wird allmählich regeneriert sofern du nicht gerade kämpfst ich lehne mit letzter Kraft das finde ich tatsächlich interessant Stärke da waren wieder so Sachen glaube ich warte mal Wildschwein du kannst die Gesundheit und Ausdauer eines Gegners schwächen indem du ihn beim Spurten anrempelst die Auswirkungen sind stärker wenn deine Rüstung schwerer als seine ist mit viel Sprung deine Angriffe verursachen mehr Schaden verbrauchen aber 10% mehr Ausdauer ne möchte ich nicht ne mal Wildschwein jetzt steh mal echt schon gut da Fertigkeiten haben wir noch was Neues Jagen Heimlichkeit brauchen wir nix da interessiert mich das so lange nicht nö das müsste es gewesen sein heißt aber auch ich kann das Buch wieder zurücklegen Fertigkeiten Buch geht um Vitalität kommt in die Satteltasche ok dann sind wir jetzt bereit fürs Bett schlafen und speichern und schlafen ich würde sagen Morgengrauen steht denn hier 5 Uhr ist Morgengrauen ich würde sagen wir schlafen bis um bis um 3 ja ist eine gute Zeit und dann reiten wir und schauen uns mal an wer Hanekeen Hase ist ich bin tatsächlich schon sehr gespannt und Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020